Bahnsteig 3 Railjet 640 nach Salzburg Hauptbahnhof über Vöcklerbrück fährt ein. Die First Class, die Business Class, befindet sich in Sektor B. Attention please. Railjet 640 to Salzburg Hauptbahnhof bei Vöcklerbrück is arriving at Platform 3. The First Class, the Business Class are located in Sektion B. Bahnsteig 2 Railjet 645 nach Flughafen hin über Wels Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class, die Business Class, befindet sich in Sektor B. Railjet 645 to Vienna International Airport via Vels Hauptbahnhof and Lins Hauptbahnhof is arriving at Platform 2. The First Class, the Business Class are located in Sektion B. Bahnsteig 5, C bis E Regionalzug nach Obertran, Dachsteinhöhlen fährt ab. Bahnsteig 3 Westbahn 912 nach Salzburg Hauptbahnhof über Vöcklerbrück fährt ein. Der Wagen Westbahn Plus befindet sich in Sektor B. Wagen Westbahn 912 nach Wim Westbahnhof über Wels Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof ist in Sektor B. Wagen Westbahn 917 nach Wim Westbahnhof über Wels Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof fährt ein. Der Wagen Westbahn 917 nach Wim Westbahnhof befindet sich in Sektor B. Wagen Westbahn 917 nach Wim Westbahnhof über Wels Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof ist in Sektor B. Bahnsteig 4 Regionalzug von Lins Hauptbahnhof fährt ein. Dieser Zug fährt als Regionalexpressen absteigen nach Irnim. Bahnsteig 2 Railjet 865 nach Wim Hauptbahnhof über Wels Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof fährt ein. Einste, die Business-Klasse befindet sich in Sektor B. Attention please. Railjet 865 in Wim Hauptbahnhof, Wels Hauptbahnhof und Lins Hauptbahnhof ist in Sektor B. Einste, die Business-Klasse befindet sich in Sektor B. Bahnsteig 4 Regionalexpressen nach Steiner, Irnim, fährt ein. Bahnsteig 5 A bis C Regionalzug von Scherr, Wim, fährt ein. Dieser Zug endet hier. Bitte nicht einsteigen. Adnan, Buchheim, Bahnsteig 5 A bis C Die nächsten Reisemöglichkeiten sind Westbahn nach Salzburg Hauptbahnhof Planabfahrt 14.54 Uhr Bahnsteig 3 Regionalzug nach Freilassin Planabfahrt 14.56 Uhr Bahnsteig 4 Railjet nach Salzburg Hauptbahnhof Planabfahrt 15 Uhr Bahnsteig 3 Railjet nach Flughafen Wim Planabfahrt 15 Uhr Bahnsteig 3 Bahnsteig 2 Regionalzug nach Kinnens Hauptbahnhof Planabfahrt 15 Uhr Planabfahrt 15 Uhr 3 Bahnsteig 1 CMSE Bahnsteig 4 Regionalzug nach Freilassin über Vöcklerbruck und Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Bahnsteig 2 Bahnsteig 2 Westbahn 969 Nach Wien Paterstern über Wels Hauptbahnhof und Linz Hauptbahnhof fährt ein. Der Bahn Westbahnhof Der Bahn Westbahn Plus befindet sich in Sektor B. Attention please. Westbahn 969 To win Paterstern via Wels Hauptbahnhof und Linz Hauptbahnhof Is arriving at Platform 2 Is arriving at Platform 2 Is arriving at Platform 2 The Westbahn Plus Coaches Locking in Sektion Bahnsteig 5 Bahnsteig 5 A-C Regionalzug nach Scherring fährt ab. Bahnsteig 3 Westbahn 966 Nach Salzburg Hauptbahnhof über Vöcklerbruck fährt ein. Der Wagen Westbahn Plus befindet sich in Sektor B. A-C Attention please. Westbahn 966 To Salzburg Hauptbahnhof by Vöcklerbruck Is arriving at Platform 3 The Westbahn Plus Coaches Locking in Sektion B. Bahnsteig 3 Range 8 646 Range 8 646 Nach Salzburg Hauptbahnhof über Vöcklerbruck fährt ein. The First Class The First Class The Business Class Befindet sich in Sektion B. The First Class The Business Class Befindet sich in Sektion B. A-C 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 Regionalzug nach Pre.. Abfahrt 6 56. Bahnsteig 4 Re-Jet nach Klagenfurt Hauptbahnhof Plan Abfahrt 17 Uhr Bahnsteig 3 R-Jet nach Flughafen Wien Plan Abfahrt 17 Uhr Bahnsteig 2 Regionalzug nach Lins Hauptbahnhof Bahnhof, Planabfahrt 17.3, Bahnsteig 1, C bis E.